Ich spiele Eishockey, weil es ein schneller Sport ist, ein Teamsport und man als Team viel erreichen kann zusammen. Es ist wichtig ruhig zu sein, wenn ein Puck schnell auf dich zukommt und dann einfach versuchen den Puck zu halten. Das ist wichtig ruhig zu sein, wenn ein Puck. Das ist wichtig ruhig zu sein. Das ist wichtig ruhig zu sein. Das ist wichtig ruhig zu sein. Das ist wichtig ruhig zu sein.